HKL Baushop HKL Baushop präsentiert das Fahrplattenbox-Paket. Ohne den richtigen Schutz des Untergrundes sind bei Einsatz von schwerem Gerät kostspielige Folgen programmiert. Die passende Lösung ist hier das Fahrplattenbox-Paket aus dem HKL Baushop. HKL liefert das 10-Platten-umfassende Set in einer praktischen Transportbox. Sie ist äusserst einfach zu transportieren. Ihre Rahmenkonstruktion ist hochwertig und robust verarbeitet. Die Fahrplatten sind langlebig und sehr strapazierfähig. Ihr Kunststoffmaterial ist vielfach dienen genormt und ISO-zertifiziert. Dies gewährleistet technisch, mechanisch, thermisch und elektrisch den reibungslosen Einsatz des Materials. Die Fahrplatten sind problemlos zu verlegen. In einem zusätzlichen Fach bewahrt man die zum Set gehörigen Verbindungsklammern auf. Mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Klammern fixiert man die Platten schnell zu einer Arbeitsfläche. Im Baualltag bewähren sich die Fahrplatten durch ihre Bruchsicherheit bei hoher Flexibilität. Auch unter großer Hitze- oder Kälteeinwirkung. Selbst bei hoher Belastung kehren sie in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Auf diese Weise bieten sie optimalen Stand auf unbefestigtem oder weichem Gelände. Fahrwege und das Arbeitsfeld werden durch die Fahrplatten wirksam geschont. Einem Festfahren wird vorgebeugt. So wird das Fahrplattenbox-Paket zum unverzichtbaren Helfer auf vielen Baustellen. Das Fahrplattenbox-Paket von HKL. Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen oder Sortimentszusammenstellungen lieferbar. HKL Baushop. Alles für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen.